Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4 Hunde und Katzen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Finde ich sehr schön. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei dieser lieben Familie Callman, die sich gerade hier zusammengefunden hat nach dem Tag der harten Arbeit. Denn wir waren gestern ganz fleißig und haben in unserer Tierklinik ein bisschen gewirkt. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Wir hatten hohe Einnahmen. Achso, ich wollte schon sagen, haben wir noch offen? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben 2265 Simoleons eingenommen und das war ein sehr erfolgreicher Tag, möchte ich sagen. Also da haben wir ordentlich was eingenommen. Wir können jetzt auch nochmal ein paar Bilder malen. Da sind wir auch schon auf Level 10, ja, so bei uns läuft. Und ja, da können wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was machen. Jetzt essen wir erstmal diesen Kuchen hier. Den können wir auch ganz essen eigentlich. Achso, tut sie auch. Okay. Und währenddessen kümmert sie sich hier um den Hund. Also ich muss wirklich feststellen, wir haben wirklich viele Tiere. Also wirklich viele Tiere. Und es ist wirklich ziemlich kritisch, um sich alle zu kümmern. Alles klar, Jasmin. Dein Deutsch ist wieder hervorragend. So, du hörst jetzt mal bitte auf, Sims zu spielen. Das wäre sehr schön. Auch das sollte mal für mich gelten. Und in der heutigen Folge würde ich gerne unseren süßen kleinen Fratz Enrico, aka Jona, wachsen lassen. Und zwar zu einem Kind. Da freue ich mich auch schon drauf. Zu einem kleinen Kind, wohlgemerkt. Aber immerhin. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie das dann so wird. Wir müssen auch hier die Wohnung noch ein bisschen umdekorieren, weil wir haben ja doch ein bisschen wenig Platz. Muss man ja auch mal dazu sagen. Äh, ich würde gerne noch dieses Pop-Up-Gemälde hier fertig machen. Da können wir dann auch noch mal ein bisschen Geld verdienen. Der Hund wartet hier am Futternapf. Das finde ich auch sehr schön. Äh, und du reparierst jetzt mal eben das Klo. Und dann kannst du dir mal Wander schnappen und mit der eine kleine Runde Gassi gehen. Tierpflege, blablabla, spazieren gehen. Wir machen mal einen kurzen Spaziergang, damit wir das eben auch noch gemacht haben. Weil Wander steht nämlich jetzt schon seit ein paar Tagen jaulend vor der Tür. Das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Und unter anderem habt ihr auch noch andere Sachen in die Kommentare geschrieben. Zum Beispiel die Lisa Haufer hat geschrieben, der Hausfrauenclub muss unbedingt mal wieder kommen. Da hast du recht. Denn, äh, der Hausfrauenclub, der ist einfach da. Und der muss mal wieder hier ein bisschen Ordnung schaffen und mal wieder ein bisschen für uns kochen. Die haben ja wirklich engagiert quasi, diese Leute. Ja, die nutzen wir ja eigentlich nur zu unseren Gunsten. Dann hat die Mia Wollschläger geschrieben, endlich. Äh, endlich wieder. Hab's vermisst. Du und deine Videos. Es ist so lustig und man vermisst schon deine Stimme. Hab dich lieb, Mimi. Bist beste YouTuberin. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ja, liebe Mia, vielen lieben Dank. Das freut mich sehr. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand meine Stimme vermisst. Ja, also wirklich. Also wenn ich mich manchmal selber höre, dann denke ich mir so. Nein, ich würde es mir jetzt nicht geben. So, die Lucy Hashtag Love hat geschrieben. Naja, man kann glauben, erst, äh, man kann glaube ich erst den Namen ändern, wenn er ein Kleinkind ist. Ja, das habe ich ja auch gesagt, äh, im letzten Let's Play. Also das kann man erst machen, wenn es ein Kleinkind ist. Erst dann kann man den Namen bearbeiten, weil vorher geht das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich weiß nicht warum. Aber, ähm, es funktioniert einfach nicht. Und, äh, das machen wir dann auf jeden Fall. So, dann verkaufen wir mal unser schönes Gemälde. Da kriegen wir auch plus eins Ruhm für. Das finde ich sehr schön. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal ins Bettchen, weil es ist schon spät und wir müssen schlafen. Weil wir müssen in der Nacht ja auch mal öfter raus. Weil dieser kleine Fratz ja hier auch gerne mal weint. So, und, äh, währenddessen ist Brand dann noch die kleine Runde mit Wanda, die jetzt gerade ein Häufchen gemacht hat, wo wir noch live dabei sein konnten. Das finde ich sehr schön. Äh, dann hat die liebe Nira06 geschrieben, ich hätte eine Idee für die TNG-WG. Und zwar könnten ja auch die Tiere auf Simstagram gepostet werden, sodass sie auch eine kleine Berühmtheit werden. Fände ich ganz cool. Zweitens, wenn Grace jetzt älter wird, fände ich es auch gut, wenn wir ein kleines Umstyling, keine Ahnung, wie man das schreibt, machen könnten. Denn er ist ja jetzt auch schon ein bisschen berühmter geworden. Like, damit ihr es seht. Ja, Grace lassen wir auf jeden Fall demnächst altern. Und, ähm, ja, in der nächsten Folge eigentlich schon lassen wir Grace altern in der TNG-WG jetzt. Also in der anderen WG. Ähm, das machen wir. Und dann werden wir auch nochmal ein kleines Umstyling vornehmen. Ich weiß, ihr liebt Umstylings. Wir können eigentlich, eigentlich können wir nur diesen Kanal hier aus Umstylings machen. Und ich glaube, ihr würdet jedes gucken, weil ihr alles feiert. Ihr liebt einfach diese Umstylings. Und ich liebe sie auch. Ich style auch gerne um, muss ich sagen. Ähm, aber das machen wir auf jeden Fall. Dann, äh, hat Emma B. geschrieben, das Baby heult gerade nicht, also können wir es in Ruhe lassen. Beste Mutter ever. Ja, ich möchte ja sagen. Also warum sollten wir uns dann auch noch groß drum kümmern? Wenn das Baby gerade ruhig ist, dann sollten wir es auch in Ruhe lassen. Ja, so wie es auch gerade möchte. So, wir schlafen. Das ist schön. Dann können wir hier den Brand noch ein bisschen beobachten und währenddessen noch ein paar Top-Kommentare vorlesen. Dann hat die Emma B. nochmal geschrieben, Mensch Mimi, geh doch bitte mit dem Hund raus. Der jault ja schon. Ja, ich sehe es doch. Ich habe es doch eingesehen. Ja, Wanda ist jetzt on Tour mit uns. Und wir sind im Sexy-Sport-Dress unterwegs. Ja, das möchte ich auch mal betonen, by the way. Ich mache mal hier auf schnell, weil wir brauchen uns jetzt nicht diesen ganzen langweiligen Spaziergang hier angucken. Das ist ein bisschen sinnlos. Ähm, dann hat unser Haustier, puh, ist süß, geschrieben, Hund und Katzen endlich wieder. Ja, ich freue mich so. Aber ich gönne dir natürlich freie Feiertage. PS Glückwunsch an alle, die Erster sind. Ja, an die möchte ich auch Glückwunsch sagen. Erziehungslevel 2 erreicht. Ella kann Kinder jetzt beeinflussen, ihre Hausaufgaben zu machen und ihnen streng untersagen, schlechtes Verhalten an den Tag zu legen. Sie kann zudem in Schulsituationen weitere Optionen wählen. Das finde ich sehr schön. Ähm, ich weiß jetzt auch, warum sie wieder wach ist, weil das Kind wahrscheinlich weint. Und wir kriegen hier gerade ein Minus. Äh, schmutzige Windeln wechseln und dann liebkosen wir es nochmal eben kurz und dann können wir uns auch wieder hinlegen. Das reicht dann auch. Das reicht dann auch wieder fürs Erste. Und Brent kommt jetzt mal dazu. Der kann sich auch mal dazulegen, auch wenn er eigentlich fit ist und 2 Uhr nachts ist. Aber ich möchte diesen Biorhythmus irgendwie beibehalten. Die beiden Hunde jaulen auch so. Ich möchte auch mal raus. Gibt's kein Hundesitter? Sowas sollten die mal einführen. Äh, 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 Entschuldigung. Wird sich hier gerade irgendwie einfach mal so geliebt? Äh, hallo. Oh, äh, ich will hier keine Liebe. Einfach mal so. Äh, da möchte ich bitte vorher mit einbezogen werden in diese Entscheidung. Ob das auch so richtig ist, ich weiß ja nicht. So, wir schlafen. Ist immer so der interessanteste Part im Let's Play. Das Kind weint, glaube ich, schon wieder. Ja, sehr schön. Das Kind ist einfach, es ist einfach anstrengend. So, wir können uns wieder hinlegen. Komm, schlaf, Brent. Leg dich einfach hin. Und er so, ich muss immer wieder raus. Ist einfach anstrengend. So, aber das Kind wird jetzt gestillt und dann ist alles wieder gut. Gut, dann müsste das hier eigentlich auch fürs Erste gut sein. Ich weiß, wir wollten es alter lassen, aber ich will es jetzt nicht direkt machen. Ähm, ich mache es jetzt gleich. Äh, Katze, kannst du bitte vom Bett runtergehen? Weil ich würde gerne da drin schlafen. Das wäre schön. Dankeschön. So, wir legen uns nochmal hin. Brent ist fit. Und deswegen kann der jetzt eigentlich mal runtergehen und schon mal was zu Frühstücken kochen. Ähm, was machen wir denn? Verdammtes Essen aussieht, du brauchst einen Mülleimer. Hä, ich habe beides. Warum kann ich das nicht machen? Ha, ich mache erstmal Rührei mit Spick. Boah, ey, alles ist kaputt und stinkig, ey. Da kriege ich schon wieder Hass. So, Moment. Milo weint, alle weinen. Hä, warum kann ich hier den Teller hier nicht ziehen? Was seid ihr denn schon wieder für ein Scherz? Was seid ihr denn wieder für ein Fehler in der Matrix? Ich weiß es nicht. Es geht einfach wieder nicht, Freunde. Da müssen wir uns gleich anklicken. Ich hoffe, dann geht's. Äh, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal unser Rührei hier. Jetzt ist das auch noch dreckig. Schön, jetzt leben wir hier wieder in so einer richtigen... Hm, die Katze gönnt sich einfach mal hier so. Die rührt einfach mal mit. Schön. Schön. Ich wollte es gerade... Mann, ich wollte es gerade fotografieren. Brent. Wie die Katze einfach im Essen stehen. Cookie hat Hunger. Cookie, ganz ehrlich. Hast du es immer nicht verstanden? Oh, es ist leer. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber es ist trotzdem... Also, der Napf ist noch voll. Also, da kann er sich nicht beschweren. Ey, wir leben hier in so einer richtigen Hartz für Siff, Bruder. Guck, hier stinkt. Alles ist kaputt. Da ist alles siffig. Hier ist alles siffig. Hier ist kaputt. Der Hund ist siffig. Hier ist siffig. Alles siffig, ey. Ich verstehe es nicht. Was ist hier wieder falsch? Weiß auch keiner, ne? Jetzt kriegen erstmal die Tiere was zu essen. Okay, wir kriegen erstmal was zu essen. So, was liegt da eigentlich für ein Haufen? Was soll es sein? Was ist das? Hä? Da steht noch nicht mal irgendwas, was das ist. Und unsere Katze turnt auf dem Kühlschrank rum. Nee. Also, das ist mir einfach alles hier auch schon wieder too much. Too much. So, bevor die gute Frau jetzt gleich da oben aufsteht, möchte ich, dass hier alles ordentlich ist. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum du jetzt wieder hochgehen musst und mit Milo reden musst, anstatt einfach zu essen. Ess, Junge. Ess doch. Ach, er muss zur Arbeit. Oh, Jesus, Maria. Warum können wir nicht einfach mal ein ganz normales Leben führen? Es ist einfach wieder nicht möglich. So, sie ist auch wach. Sehr gut. Ja, sie ist auch noch nicht ganz ausgeschlappen, aber sie muss jetzt ausstehen, weil das Kind wieder weint. Wir machen mal eben die schmutzigen Windeln und dann gehen wir runter. Pipi. Pipi und dann essen wir was. So, ein Gericht nehmen. Ich rufe jetzt den Hausfrauenclub an. Das reicht mir jetzt. Versammlung starten. So, die müssen jetzt hier aufräumen, putzen und all so einen Scheiß. Backen, malen. Was haben die noch? Yoga machen. Säubern. Sehr gut. Sehr gut. Dann müssen die ja eigentlich jetzt rein theoretisch direkt anfangen. Guck mal, so kann man sich nämlich die Hausfrau sparen. Das ist echt toll. Also, ich kann es euch nur ans Herz legen, auch mal so einen Hausfrauenclub zu machen. Da sind es auch schon die Mädels. Hallo, Ladies. Ich habe hier einiges für euch zu tun. Einiges. Sie geht direkt kochen. Aber eigentlich müsste hier mal dringender geputzt werden. Aber die Melina ist jetzt auch mal wieder da. Weißt du, die ist ja auch unsere persönliche Stalkerin. Die ist ja, die gibt ja nie auf. Die ruft ja auch 30 Mal am Tag an. Aber sie sieht sehr stylisch aus, muss man ja auch mal sagen. Der dreckige Hund beobachtet uns beim Klogang. Das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, aber ist okay. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das einfach so. Und dass unser Katzenklo die ganze Zeit stinkt. Klospeicherlehren. Das mache ich jetzt auch mal. Aber vorher esse ich mir erstmal ein bisschen Rührei. So. Hier müsste auch aufgeräumt werden. Das wäre schön, wenn hier auch mal jemand durchwienern könnte. Einmal für euch durchwischen. Das ist schnell gemacht. Das kann man doch mal eben ganz schnell machen. So, Reinigungsvorgang. Den starte ich auch mal, damit wir hier keine Tierhaare und sowas rumliegen haben. Und dann würde ich sagen... Oh Gott, die heutige Post. Das ist aber eine stressige Folge, du. Die heutige Post ist dargestellt. Sie wurde dargestellt. Das ist schön. So. Ja, räumt ihr auch mal auf? Oder willst du mir jetzt beim Essen einfach nur zugucken? Die ist echt so ein Stalker, ne? Die ist so ein bisschen pedo unterwegs, ey. Beobachtet uns die ganze Zeit so heimlich und irgendwie gruselig ist die Frau. Ich weiß auch nicht. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt wird es hier langsam... Jetzt kommt hier langsam so ein bisschen Schliff rein. Das finde ich schön. Genau, der Katzenklo lernen wir auch. Das finde ich ja super, ne? Dieses automatische. Ich glaube, das braucht auch mal jeder, ne? Jeder, der eine Katze hat, wünscht sich sowas, glaube ich. So. Dann haben wir das auch gemacht. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Kleinen mal altern, oder? Staubsaugerroboter, den lasse ich eben noch starten. Genau. Zack. Und los geht's. Warte mal, Cookie, den können wir mal eben noch baden. Das machen wir jetzt mal eben vorher noch. Komm. Komm, Cookie. Cookie, wir lassen dich jetzt noch mal eine Runde baden. Hä? Ist da gerade was kaputt gegangen? Macht hier nichts kaputt, Freunde? Nee, ihr könnt hier gerne kochen und aufräumen, aber dann könnt ihr auch wieder gehen. So, komm, Cookie. Einmal waschen. Also, irgendwie läuft hier alles ziemlich schief. Was soll das? Warum steht der Hund da so drin? Warum? Warum? Nee, also, das soll so einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum es immer bei uns so kacke läuft. Ich habe doch nichts getan. Warum sind meine Spiele immer so buggy? So, jetzt aber hoch und dann lassen wir das Kind altern und dann nehmen wir es auch direkt um. So, warte, mehr Auswahl, älter werden. Da bin ich jetzt mal gespannt. Los geht's. Und dann ist es so, wuhu. Nee, du sollst nicht malen, du sollst hochgehen, Mensch. Macht auch ein bisschen, was sie will hier, ne? Also, so ganze Koscher sind mir diese Frauen hier nicht, die hier bei uns rumrennen. Sie so voll entschlossen. Ich lasse jetzt mein Kind altern. Jetzt ist es endlich soweit. Endlich auf eigenen Beinen stehen, dann kann er auch, äh, ähm, hab nur ich das gerade gesehen? Oder waren da gerade zwei Kinder in dieser Babywaage? Also, irgendwas ist doch hier wieder komisch. Tada! Der sieht einfach aus wie einer von den Beatles. Wie geil! Der Enrico, ey. Das ist ja auch so ein kleiner Gauner. Wie, was machen wir ihn denn? Anhänglich Engels, Engelsgleich, finde ich ja sehr schön. Liebe und umgängliche Kleinkinder. Sie sind nie trotzig, bekommen keine Tobsuchsanfälle. Sie reden auch mit Fremden. Das finde ich eigentlich ganz schön. Wild finde ich auch schön. Äh, Charmeur hatten wir, glaube ich, schon. Heikel, finde ich auch lustig. Kleine Unruhestifter, die oft weinen. Aber das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend. Ich glaube, ich mache Engelsgleich. Ich finde Engelsgleich einfach wunderbar. Ja. Das kleine Beatles-Kind, hör mal. Klasse. Klasse einfach. Jetzt müssen wir... Was soll denn auch mit dieser Brille? Warte mal, jetzt gehen wir mal direkt den Sheet ein. Äh, Test-Ding-Sheet. True. Also, falls ihr euch fragt, wie das geht, so geht's. Macht ihr einfach hier Escape und haltet ihr Shift gedrückt. Drückt auf das Kind. Und dann könnt ihr es aus der Familie entfernen. Dann seid ihr das Kind einfach los. Nein, äh, in der Stelle ein Sim ändern. So, da gehen wir jetzt rein, weil wir müssen das Kind ja sowieso, äh, optisch auch ein bisschen ändern. Weil das gefällt mir optisch auch nicht so gut. Es ist einfach das Beatles-Blark. Das Beatles-Blark. Man kennt's. Einfach süß. Und er denkt sich so, ja, ich bin's. So, und wir nennen das Kind natürlich Jonah. Den Namen finde ich nämlich sehr schön. Und die Frisur muss auf jeden Fall weg. Und das Accessoire auch. Ähm, welche Frisur nehmen wir denn? Ach, die ist neu, ne? Die Frisur, oder? Nein, sie ist nicht neu. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich wieder weiß es nicht. Ach, eine neue Frisur. Eigentlich haben wir die schon seit 100 Jahren. Was ist das hier? Zotteliger Kackhaufen. Die neue Frisur. Jetzt für sie im Handel. Obwohl ich die eigentlich, ich find's eigentlich irgendwie süß. Irgendwie find ich's puddelig. Oder? Findet ihr es auch puddelig? Oder wollt ihr mich dann wieder schlagen, wenn ich diese Frisur jetzt nehme? Ich nehm die einfach. Ich find die süß. So, ähm. Und dann lass ich mir von euch jetzt auch nichts mehr sagen. Ganz einfach. So. Ich zieh jetzt einfach mein Ding durch. Guck mal, wie süß. Oh, wie süß. Das ist so niedlich. Einfach alles. Ich möchte das Kind einfach aus dem Spiel rausnehmen. Das ist so süß. Sieht so niedlich aus. Auch das sieht so süß aus. Ich mag die Frisur voll. Ich find die voll niedlich. Warum haben wir die sonst nie genommen? Einfach die zottelige Kackhaufenfrisur. Sollt ihr euch merken. Das find ich ja auch hübsch, aber... Lass uns unser Kind einfach mal ein bisschen lächerlich machen. Dann ziehen wir ihm das an. Oder das. Aber das sieht einfach auch total niedlich aus. Oh Mann. Das ist einfach alles zu niedlich. Ohne Scheiß. Das ist einfach alles zu niedlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, so einen Anzug kann ich ihn ja jetzt schlecht anziehen. So den ganzen Tag über. Aber so eine Latzhose hier zum Beispiel finde ich schon frech. Und er so... Und er ist ja engelsgleich. Weißt du, da passt so eine Latzhose auch einfach. Find ich irgendwie süß. Mag das irgendwie. Und dann zieh ich ihm noch so ein paar Schülchens an. Wartet. Wir nehmen noch andere Schülchens. Die vielleicht. Ne, die sind ein bisschen zu krass. Vielleicht die. Ne, warte. Die ganz normalen Turnschuh hier. Und dann haben wir die bestimmt auch in blau oder so. So ein hellblau. Hier. Oh. Guck mal, wie süß. Ich will noch ein zweites Outfit. Will ich aber selber. Warte mal. Da nehme ich... Die finde ich ja auch niedlich. Wawwww. Finde ich auch irgendwie süß. Aber... Ich glaube, ich würde dann lieber doch was anderes nehmen. Ach, das ist irgendwie alles voll süß. Der ist auch niedlich. Ich glaube, ich nehme den. Ich glaube, den finde ich cool. Irgendwie stehen ihm diese braunen Farben voll gut. Ich nehme so einen Pulli und dann einfach so eine ganz normale Hose. Eine ganz normale hier. So eine Jeans. Aber nicht in braunen, sondern in... Gelb. Ne, in grau. Grau finde ich die ganz süß. Und dann noch ein paar schwarze Schuhe einfach dabei. Oder graue vielleicht. Oder haben wir auch so braune? Ne, so braune haben wir nicht. Ne? 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 Einfach so schwarze. Ach, irgendwie finde ich den total niedlich. Der ist süß, oder? Guck mal. Voll der Süße. Der sieht so ein bisschen aus wie Brent, ne? Im Gesicht. Hat nicht viel von uns, aber niedlich ist er. So, dann machen wir mal hier, ähm, schicker Anzug. Da weiß ich schon. Da will ich auf jeden Fall diesen Anzug hier, den. Den finde ich einfach klasse. Den nehme ich da in so. Den nehme ich da in so. Und dazu nehmen wir auch diese Schuhe. Weil es einfach süß aussieht. Äh, als Schlafanzug. Was soll das immer? Da nehmen wir auf jeden Fall die Brille weg. So. Eine Brille brauche ich im Bett. Auf jeden Fall nicht. Ich will ihn auf jeden Fall erstmal ein bisschen Kleinkind lassen. Und ich möchte ihn auch ein bisschen erziehen. Möchte tatsächlich. Und dann nehmen wir, glaube ich, den hier. Da macht er einen auf Zebra vielleicht. Oder macht er doch eher einen auf Raumfahrer. Raumfahrer finde ich schön. Äh, Partyoutfit. Dann mache ich mal ein vorgefertigtes. Weil das werden wir wahrscheinlich sowieso nie machen. Oh, das ist aber so niedlich. Oh mein Gott, ist das süß. Ich nehme das. Der Spielplatz da. Oh, das ist richtig süß. Das nehme ich. Und als Schwimmoutfit. Da nehme ich, glaube ich, einfach so ein Höschen hier. Warte, so eine. Ach, kann ich hier nicht in einer anderen Farbe nehmen? Ich will jetzt nicht so einen Badeansuch für jeden Fall. Dann lassen wir ihm einfach die Windel an. Wenn es heiß ist, dann nehmen wir. Was ist das hier? Ist auch irgendwie süß, ne? Das finde ich auch niedlich. Aber diese Kappe ist einfach nur lächerlich. Das ist auch voll süß. Oh mein Gott, ist dieser Junge süß. Ich weiß, ich sage schon wieder hundertmal süß. Aber es ist auch so. Guckt es euch bitte an. Ich meine, sieht er jetzt noch aus wie ein Junge? Ja, oder? Der kann auch so einen Hut aufziehen. Ich finde es toll. So, und als warme Kleidung nehmen. Das finde ich auch. Oh mein Gott, das ist so ein Stilber. Das ist einfach so süß. Ich weiß, ich sage es hundertmal, aber es ist auch einfach so. Guckt es euch bitte an. Oh Mann. Ey, nee, oder? Ich will auf jeden Fall so eine Mütze. Ich will diese Mütze, glaube ich. Ich bin es einfach so goldig. Guck mal. Oh. Oh, nee, ey. Ich schmelze. Das ist einfach zu Zucker. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Der ist doch echt mega süß. Der ist mega süß. Guck mal. Ich finde die Haare auch so geil. Oh, nee. Ich bin einfach verliebt in den. Jonah ist einfach so richtig Favorite. Der ist so süß. Oh mein Gott. Einfach richtig niedlich. Sehr gut. Finde ich sehr schön. Also wir haben jetzt einen richtig süßen kleinen Jungen. Also jetzt, wie oft ich jetzt auch immer süß gesagt habe. Aber es ist einfach süß. Süß, süß, süß. Ich möchte es noch zehnmal sagen. Nee. Also ich bin wirklich verliebt. Der ist echt mega. Freue ich mich, dass der so hübsch geworden ist. Und nicht so ein, ne. Manchmal haben wir auch so komische Kinder. Wo wir wirklich verzweifeln sollen. Seitdem sie schwanger war, hat sie ein bisschen zugelegt. Muss man ja auch mal sagen. Also sie ist so ein bisschen in die Breit vor allem. Ja, also sie hat schon hinter meiner LKW, ne. Nein. So schlimm ist es noch nicht. Aber sie hat schon ein bisschen zugelegt. Also wir könnten sie durchaus auch mal Sport machen lassen. Zwischendurch vielleicht mal einfach eine Runde joggen. Ich denke, das hilft schon ganz gut. Ja, du kannst jetzt noch ein bisschen spielen. Und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall uns der Wohnung widmen. Und hier mal ein bisschen umräumen. Weil das Kind braucht jetzt natürlich auch ein eigenes Zimmer. Und wir haben nicht viel Platz. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das alles gut hinbekommen. Und eines Tages werden wir dann auch ausziehen und ein eigenes Haus bauen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber bis das soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Und ich denke, da freut ihr euch auch schon sehr drauf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den süßen Jonah findet. Und ob er euch so vom Umstyling her auch gut gefällt. Ich mag es einfach und finde es einfach nur puddelig. Und ja, schreibt mir gerne. Und ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich würde sagen, bis demnächst. Hau da rein. Tschüss.